Hey YouTube, bevor es losgeht, unterstützt mich doch gerne mit einem Follow oder werde Mitglied dieses Kanals und erhalte exklusive Inhalte und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, am 12. Juni startet Ubisoft Forward und ihr habt die Chance beim Zugucken des Events, Inhalte für die Spiele Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Siege und für das Spiel Rider Republic in Form von Twitch Drops zu verdienen. Und zwar müsst ihr während der Main Show und der Post Show bei Twitch auf der Seite von Ubisoft einschalten. Und zwar bekommt ihr während der Main Show, wenn ihr mindestens 15 Minuten schaut, den VIP K-Card Charme für das Spiel Rainbow Six Extraction. Und wenn ihr mindestens 30 Minuten schaut, ein In-Game T-Shirt für das Spiel Rider Republic. Und dann könnt ihr während der Post Show für das Spiel Rainbow Six Siege den goldenen Fan-Rap-Charme verdienen, wenn ihr mindestens 15 Minuten den Stream schaut. Kommen wir zum Start der Main Show. Die Main Show startet um 21 Uhr und die Post Show startet um 22 Uhr. Also schaltet ein, um nichts zu verpassen. Kommen wir zu den Belohnungen. Damit ihr eure Belohnung einfordern könnt, vergewissert euch, dass euer Konto für den Erhalt eingerichtet ist. Hierzu verlinke ich oben rechts ein Video, wo ich Schritt für Schritt erkläre, wie du deine Drops aktivierst. Man muss nach dem Ende des Streams die Belohnungen innerhalb von 24 Stunden in deinem Twitch Drop Inventar abholen. Belohnungen werden verdient, wenn du die Streams live siehst. Den Stream könnt ihr bei Twitch auf der Seite von Ubisoft verfolgen. Dann noch zu den Belohnungen. Die Rainbow Six Siege Belohnungen werden euch innerhalb von 48 Stunden nach dem Event zugestellt. Die Belohnungen für die Rainbow Six Extraction und Rider's Republic werden in eurem Inventar im Spiel verfügbar sein, sobald jedes Spiel veröffentlicht wird. Das war's auch schon mit den Infos. Falls ihr noch Fragen habt, joint gerne meinen Discord. Link dazu findet ihr in der Infobox oder schreibt es in den Kommentaren. Ansonsten noch viel Spaß beim Drops verdienen und bis zum nächsten Mal. Ciao.